Jo moin, jo moin Leute, herzlich willkommen zu NBA Woche 17, glaube ich mittlerweile, der NBA Season 2022-2023 Predictions Teil 2 von 3. Los geht's. Heute um 1 Uhr. Alle Spiele live im NBA League Pass und manche auf der Zone. Heute um 1 Uhr. Lando Magic gewinnt gegen Denver Nuggets 102 zu 99 nach Overtime. Dann um 1.30 Uhr. Brooklyn Nets gegen Chicago Bulls 132 zu 135. Ebenfalls nach Overtime für die Chicago Bulls. Herzlichen Glückwunsch. Dann Atlanta Hawks gegen Kevin Duentz. Neuer Franchise Phoenix Suns. 121 zu 136 für Phoenix Suns. Herzlichen Glückwunsch. Dann um 4 Uhr. Live auf der Zone und im NBA League Pass. Los Angeles Lakers gegen Milwaukee Bucks. 132 zu 125 nach Overtime für die LA Lakers. Herzlichen Glückwunsch. Und morgen um 1 Uhr. Philadelphia 76ers unterliegen die New York Knicks. 112 zu 123. Dann Indiana Pacers. Verlieren gegen Phoenix Suns. 112 zu 113 nach Overtime. Die Tull Pistons gewinnen gegen San Antonio Spurs. 125 zu 122. Ebenfalls nach Overtime. Dann um 1.30 Uhr. Toronto WebTask. Gewinnen gegen Utah Jazz. 132 zu 111. Boston Celtics. Schlagen die Charlotte Hornets. 121 zu 99. Dann um 2 Uhr. Miami Heat. Gewinnen gegen Houston Rocks. 123 zu 111. Memphis Grizzlies gewinnen gegen Minnesota Timberwolves. 120 zu 108. Dann um 4 Uhr. New Orleans Pelicans. Gewinnen gegen Cleveland Cavaliers. 132 zu 97. Dann Portland Whale Blazers. Gewinnen gegen Oklahoma City Pfander. 124 zu 116. Dann Sacramento Kings. Und da liegen die Dallas Mavericks. 110 zu 112 nach Overtime. Und um 4.30 Uhr. Die LA Clippers. Gewinnen gegen Milwaukee Bucks. 132 zu 122. So das war's mit der NBA Predictions Woche 16 oder 17. Teil 2 von 3. So lasst ein leichter lassener Butter. Ciao.